Es gibt Dinge im Leben, mit denen du dich arrangieren kannst und mit manchen nicht. Galen hat gesagt, es liegt hier schon lange. Seit der letzten Flut. Da ist es. Wer weiß noch davon? Nur ich und Galen. Gut. Denn jetzt gehört es uns. Jemand ist hier. Was? Jemand war in unserem Boot. Kennst du den? Habe ich noch nie gesehen. Was meint ihr, Jungs? Sie haben Kreuze in den Absätzen. Nägel in Form von Kreuzen. Wieso? Schätzt vor den bösen Geistern. Ich warte auf meine Freundin. Sie hat sich Vögel auf die Hände tätowieren lassen. Nachtigall. Glücksführer. Nur ich. Ich kann nicht den Rest meines Lebens mit ihm weglaufen. Das Problem ist, dass sie nur an sich selbst denken. Und warum Matt immer wieder in der Scheiße steckt, ist diese Frau. Ma'am, kennen Sie diesen Mann? Nein, Sir. Und du, Junge? Was hat er getan? Der Fluss führt eine Menge Müll mit sich. Es ist wichtig zu unterscheiden, was man aufhebt und was man liegen lässt. Sagen Sie uns Ihren Namen? Matt. Nennt mich Matt. Das Boot muss hier runter. Woo! Ich habe eine Liste. Die Sachen benötige ich. Seid ihr dabei? Ihr solltet ab jetzt gut auf euch aufpassen. Matt steckt in einer Sache drin, mit der ihr nichts zu tun haben wollt. Es sind eine Menge Leute hinter mir her. Lügt nur weiter! Antwortet recht schön! Wo ist er? Er ist nicht gefährlich. Da denkt ein Haufen Truppe anscheinend anders. Wir beten für den Tod des Mörders meines Sohnes. Ihr beide wart nett zu mir. Ihr seid die einzigen Freunde, die ich hier draußen habe. Es war für Sie? Zu Ihrem Schutz? Er warst du keine Hilfe von mir? Wir haben viel Arbeit reingesteckt. Du weißt doch gar nichts über ihn. Was zum Teufel hast du getan? Jedes verdammte Wort hat mal gelungen! Echt geiles Teil, oder? Geiles Teil.